Yo Freunde, heute geht es wieder zum Hacken bei Memories Tattoos. Ich bin gerade schon in Wolfenbüttel und natürlich lasse ich euch auch wieder diesmal per Video daran teilhaben. Diesmal ist noch ein Thunder dabei, der 250 Euro in die Hand genommen hat, um auf meinem Arm zu landen. Ich sag gleich erstmal mal ein Malek Hallo und dann seid ihr live dabei. Bis zum nächsten Mal.